Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Animation Thrower mit mir immer gleich, hier aus Gilde Nummer 2. Es ist mal wieder Rumble Time. So Leute, ja jetzt geht's los hier. Wir müssen jetzt hier noch zusehen, dass wir noch die letzten Punkte hier holen. Wie sieht's aus aktuell? Zehn Minuten hab ich Zeit. Und? Oh, wir haben eine solide Führung gegen Spaceballs the Guild. Und dann sehen wir mal zu, dass wir diese Führung auch nochmal komplett ausbauen hier. Gegen R3, L4, keine Ahnung was. So, normalerweise sollte das wahrscheinlich jetzt schon ausreichend sein. So wie ich das ganz einschätze, ist es das mal wieder nicht. Wie soll es auch anders sein? Jetzt kommt auch noch hier mit einem Highschool Bill. Ich glaub, ich spinne hier. So. Klatt 100. Was sagt ihr mit dem Grund? Jibiii. Geil. So, weiter geht's. Nächstes Match. So. Mal gucken, ob wir hier irgendwo... Der Stelter fertig werden. Noch ein Matches geben. Melissa K. 118. Das finde ich nicht gut. Pieder. Bänder. Mach doch sowas nicht, Kollege. So, jetzt komme ich hier mit der schlimmen Tina. Und das war's. Was haben wir denn? 81 nur. Scheiße. Weiter geht's. Nächstes Match gegen Joshua. Da kommt noch mal was anderes. Wir fangen jetzt hier mit Mr. Deliver an. Der heizt sich wenigstens auch immer gleich wieder Silber hoch. Und dann kommen wir jetzt hier mit dieser Combo. Und das sollte wahrscheinlich ausreichend sein. Ich mach so viel Schaden nach vorne jetzt. Das ist 99. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen Vollgas geben. Um hier ein bisschen Zeit reinzubekommen. 7 Minuten 20 sind es nämlich nur noch. Und irgendwie sind die jetzt doch ein bisschen herausfordernder. Ich habe gesagt, Groundless Fears. Komm. Nein. Komm. Alle, alle Kombos hier über. Oh, das reicht aber jetzt. Komm. Jetzt kann ich wegskippen. Groundless Fears. Kann man einfach wegskippen mit einer glatten 100. So. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen Zeit gewonnen. Was haben wir jetzt? 6 Minuten 55. Pierre, F102. Komm mal hier mit dem Eugene Belcher. Ich mach jetzt erstmal den Kleiderschrank. Komm. Bürgerkriege und jetzt beenden wir das Match. So. Fertig. Feierabend. Ende. Ende im Gelände. Pierre, F102. Glatte 100. Noch 5. 6 Minuten 10. Chris Chaos. Okay. Das sieht jetzt nach einem nicht ganz so stark. Oh. Ja. Das kann doch nicht dein Ernst sein. I am Mona. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm. So. Sagen wir doch Schild. Hier. Das sieht so ungefährlich aus. Chris Chaos. Und dann haut er mir da hier echt so ein Ding da um die Ohren. Kann nicht wahr sein. Ich glaub du spinnst. Ich glaub du spinnst. Falls du das Video siehst. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet als ich da eine Lebensanzeige gesehen habe. Aber ich dachte das wird ein schnelles Spiel brauch ich einfach nur auf Skip zu drücken. Killer Bee. Kommt der nächste hier. Killer Bee. Killer Bee ne. So. Und der kommt jetzt hier. Guck mal. Der kommt jetzt mit solchen Karten. Der ist brav. Ja. Das ist ein ganz braver. So. Und. Ach komm. Hier. Bobby. Schnell jetzt. Fertig. 28. Fertig. Komm spieler die Karte. Killer Bee. 100. Was haben wir jetzt. Drei Matches noch. 4.25. Bibles. Und dann hätten wir. Ja komm 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 komm. Wir probieren es so. Wir probieren es so. Wir müssen es so probieren. Und das war die richtige Entscheidung gewesen. Jetzt machen wir den noch nebendran. Und den noch nebendran. Und die noch nebendran. Und jetzt ist es wurscht. Und jetzt noch da noch nebendran. Alter zieh raus. Komm. Fertig. So. Eine glatte 100. Nice. Zwei Minuten. Drei Minuten. 35. Zwei. Matches noch. Zarin V. Bender und Biegelschule. Bending School Grad. War ja jetzt erst in der Combo Mastery gewesen. Und bin schon ganz froh drum. Dass ich das Ding jetzt schon mit einer Krone habe. Und jetzt dürfte eigentlich. Alter Vater. Die macht mir auch schon wieder hier Probleme. Komm jetzt. Lass mich mal hier durch. Mädchen. Ah ne. Zarin V. Ist ja gar nicht mehr Killer Bee. Zarin V. Das ist wahrscheinlich ein Junge. Sorry. Ein Match noch. Hat jetzt echt länger gedauert als kurz gewünscht. Zwei Minuten 35. Das Match muss noch rein. So. Ken Gissel. So. Bobby. Fert School. I am Mona. Cupido Bobby. Holy. Maaann. So. Jetzt guckt euch das an. Guckt euch das an. So. Und jetzt aber. Jetzt haben wir das Ding noch gewonnen. Gegen Ken Gissel schon wieder. So. Mit einer 80. Also Ken Gissel ist wirklich anstrengend. So. Schauen wir mal. Eine Minute 48. Hier haben wir 32. Und da haben wir Mark Foul, Andrelo, Zardos, Marunga, Tristan, Gabriel Diek, Georgios, Benitha, Illilil, Schmobi, Snorls, X-Strike, MargoLiver500, FanzinioBR, Knuckster, Stewie, Scotty Pippen, Outlaw Diek, Wovan, Beres, Charlene, Anderson, Berserker, BBBBB, Lord Universe, James, Bruno, Joseph, Slim, G, Raffi, Traffi, Fred, der P, Player, Bobob, Albertus, Max, Max, Siemal, Herrgleich, Zwei, Quark, Müller, Suarez, Sixars, Real Xalisco, Wunderheiler, Bri und Luper Cooper. Und ich hol's das zweite Tablet, weil beide Gilden gewinnen. So. Und ich hol's das zweite Tablet, weil beide Gilden gewinnen. Ich hoff, dass ich jetzt noch in Time da zurück bin. Das wäre cool. Sechs Sekunden. Alter, das schaffe ich nicht mehr. Warte. Sechs Sekunden. Vielleicht, wenn ich jetzt noch hier den noch mit reinbekomme. Vielleicht kann man's noch sehen. Und wird aktualisiert. Sieg, Sieg. Jawohl. Beide Gilden gewonnen. Mega geil. Vorletztes Match. Hammer. Ich bin so stolz. Was sagt ihr mir denn? Jibiii. Mega geil. Leute, 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 Leute. Ich freu mich riesig. Ja, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Dann schreibt was die Kommentare. Abonniert den Kanal. Schreibt sich mal mit mir an. Wenn's wieder heißt, Animations Roadrun. Mit mir immer gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.